So, da sind wir wieder. Nach dem Debakel vom letzten Mal, da hat Chaos mir den Arsch versohlt. Und deshalb geht es jetzt darum, dass wir uns fit machen gegen Chaos, dass ich mich fit mache für ihn, die Truppe nochmal ein bisschen hochtrainiere, ein, zwei Sachen noch einsammeln. Ich habe mich nämlich in meiner Freizeit ein bisschen belesen dazu, zu dem ganzen Thema und festgestellt, dass die eine oder andere Sache liegen geblieben ist, nicht entdeckt wurde. Ja, die will ich jetzt noch einsammeln, eben um nochmal mich fit zu machen für Chaos, damit man ihn hoffentlich dann bald demnächst mal den Popo aufreißen kann. Ja, weil die Schlappe kann man ja so nicht stehen lassen. Und deshalb, ja, einfach mal ein bisschen trainieren dafür. Wie sieht der Plan aus? Einfach mal ein paar Stete abklappern, um noch Zauber zu kaufen, weil ich festgestellt habe, dass auch der Ritter und auch der Ninja können jetzt Zaubersprüche erlernen, dadurch, dass sie eben aufgestuft wurden. Können die auch Zauber erlernen, auch für den Rotmagier vielleicht noch den einen oder anderen Zauber mitnehmen, den man vielleicht übersehen hat, den er jetzt ausüben kann. Also, dass man sich die einzelnen Städte nochmal anguckt, in der einen Stadt mit den älteren Herrschaften. Dort gibt es wohl auch noch einige Informationen hinsichtlich der Handlung, weil beim letzten Mal war es ja etwas schwierig, der Handlung zu folgen. Also, ich fand es schwierig, der Handlung zu folgen, warum wir jetzt 2000 Jahre in die Vergangenheit reisen müssen. Und, ja, dann einen wichtigen Gegenstand übersehen im Luftschloss. Das Adamantit, glaube ich, war das, womit man dann bei den Zwergen Excalibur fertigen kann. Ja, da war eine Kammer, wo ich vorbeigerannt bin, habe ich jetzt auch im Nachhinein gelesen, dass das dort liegt. Also will ich mir natürlich auch Excalibur noch holen. Ja. So, und das soll es eigentlich schon soweit sein. Also viel zu tun. Dementsprechend sollten wir gleich loslegen. Nochmal einen Blick auf die Truppe. Also wir sind hier alle Stufe 48. Mit einem Ritter, Ninja, Rot-Margus und einem Schwarz-Margus. Die wollen wir jetzt noch ein bisschen fit machen für den letzten großen Kampf. Fangen wir mal gleich hier an in Cornelia, Cornelia-Stadt. Was gibt es hier noch für Zauber zu holen? Luschern wir mal da rein. Genau, Vita kann zum Beispiel der Ritter jetzt auch erlernen. Brot ist kann er erlernen. Und blink. Kaufen wir ihm auch gleich mal mit, dem feinen Herrn Rot-Margus. Es kann nicht schaden. Also Geld haben wir ja auf jeden Fall genug. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ich dachte, die stand eben noch nicht da, aber gut. Genau, also Geld mangelt es ja überhaupt nicht. Genau, hier sehen Sie den Ninja. Kann jetzt auch Zauber wirken. Ob das so sinnvoll ist bei der Intelligenz, weiß ich nicht. Das ist fragwürdig. Da müssen wir gleich nochmal gucken, was für einen Intelligenzwert die haben. Ah, 16. Naja, da kommt nicht viel bei rum am Ende. Und 13. Ah, also das ist... Ja, da gewinnt man nicht viel. So, dann haben wir jedenfalls hier die... Ah, wir können doch gleich mal hier einkaufen. Je nachdem, was es hier gibt. Alles einmal voll machen. Alles Geld hat man ja. Ein paar Hütten. Also mit Geld sind wir hier reich beschenkt. Also das ist ja... Da haben sie nicht gespart in dem Spiel. Ah, wir haben auch. Fast so jede Kiste mitgenommen. So, jetzt sind wir in Pravoka. Und schauen wir hier nochmal, was man hier so Schönes kaufen kann. Kurier dunkel. Na ja, das ist vielleicht ganz hilfreich. Ja, noch nichts Spektakuläres. Da gibt es noch einen Versteckten. Magier-Shop. Den müssen wir auch noch ausfindig machen. Weiter geht's. Somit die Bestzauber. Steuert die Attacke eines Gefährten. Das ist doch gar nicht schlecht. So, Gemach nochmal. Kriegt eher Gemach. Gut, dann haben wir das. Mehr gibt's hier nicht. Weg. Weiche von mir. Oh Gott. Jo, dann gucken wir mal weiter. Stadt für Stadt hier abklappern. Fliegen wir mal gleich hier runter in den Süden. Da sind eines Wissens nach auch die alten Leute. mit denen wir noch mal kurz reden können. Ja, da kommen die schon an ihre Grenzen. Also der Ritter nicht mehr, aber... für unseren Rot-Magier sieht das doch nicht schlecht aus. Da haben wir schon gut eingekauft. Man kann's aber mit Stab probieren. Wobei ich denke, dass das gegen Chaos alles unwirksam ist. So, mit denen sollen wir jetzt hier um viel reden. Die Veränderungen der Gestöne am Nächsten von Mönchengen und Arten führten uns in dieses Land. Erzählt ihr mir jetzt was Neues? Jetzt, da durch eure hellen Taten die vier Kräfte der Kristalle wieder im Gleichgewicht stehen, geht zum Tempel des Chaos und bringt die Quelle des Bösen zum Versiehen. Naja, die geben uns hier die richtigen Hinweise. Ihr habt es also vollbracht. Die vier Kristalle haben ihren schützenden Schein wieder erhalten. Die Kraft ihres Scheins ist die einzige Möglichkeit, die Barriere der Zeit zu durchbrechen. Die Ursache alles Unheils bahnte sich schon vor 2000 Jahren an. Eure Erinnerungen scheinen verloren, doch es besteht kein Zweifel daran, dass ihr, bevor ihr dieses Land betreten habt, treu dem Strom der Zeit gefolgt seid. Doch nun seid ihr Besucher in einer euch fremden Zeit, denn der Zeitstrom wurde verzehrt. Der Strom der Zeit. Verzehrt zu einem strudelnden, nie endenden Zeitwirbel. Diese Endlosschleife des Hasses ist die Ursache allen Übels. Und sie muss in der Vergangenheit zerstört werden. Das viele Unheil, das vor 400 Jahren begann, tatsächlich liegt sein Beginn lediglich einige wenige Tage zurück. Denn niemand reiste in die Zeit zurück, ganze 2000 Jahre. Ich sehe den Fluss der Zeit vor meinen Augen. Etwas, das in die Zeiten von vor 2000 Jahren reiste, versucht erneut den Untergang dieser Welt herbeizuführen. Und schon bald wird es zum wiederholten Mal in der Vergangenheit reisen. Eine endlose Spirale der Trauer und des Hasses. In einem Zyklus von 2000 Jahren werden Hass geschürt und Schicksale zerstört. Ihr, die Kämpfer des Lichtes, seid auserkoren, um diesen Kreislauf des Bösen endgültig zu beenden und das Gleichgewicht allen Seins wiederherzustellen. Bringt uns das Leuchten der vier Kristalle zurück. Nur ihr Kämpfer des Lichtes, seid dazu in der Lage. Kraft und Macht müssen stets dem Guten dienen. Vor 400 Jahren heulte der Wind. Vor 200 Jahren tobten die Meere. Schon bald wird auch der Boden durchtränkt sein vom Moder des Bösen. Und sein zorniges Feuer wird alles Leben vernichten. Mein Name ist Lucan. Ich kann sie spüren und ich kann sie sehen. Die immer wiederkehrende Seele des Bösen. Gleichwohl gibt es Hoffnung. Denn ein schwacher Lichtschimmer beleuchtet den Weg, der uns aus der Dunkelheit führt. Okay, also... Garland ist irgendwie in die Zeit zurückgereist. Hat das hier alles geplant. Und damit eine Zeitschleife kreiert. Sodass sich das immer wieder wiederholt. Und jetzt durch die vier Kristalle können wir auch in die Zeit zurückreisen. Und die Schleife beenden. So habe ich das jetzt ganz grob verstanden. Okay. Zeitschleife für ewiges Leben. Und so konnte er bisher nicht vernichtet werden. Keine Ahnung, ob das so einleuchtend ist. Da ist schon ziemlich viel Zeitreise hier jetzt. Ewiger Zeitstrom. Zeitschleife. So ganz steige ich da nicht durch. Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür. Das kann gut sein. Aber er meinte ja, dass die Chaosse ihn gerettet haben. Und er hat die Chaosse dann in die Gegenwart geschickt. Ach, keine Ahnung. Gehen wir mal unsere Elfenfreunde besuchen. Ich glaube, was wichtig zu wissen ist, Chaos ist böse und egal Land. Und man muss ihm den Chaos machen. Ich denke mal, das sollte reichen zu wissen. Chaos ist böse. Chaos muss besiegt werden. So, Vitra. Kann er ja auch lernen, schön. Das kann keiner. Das ist halt schade, dass hier keiner Heilung kann. Dass man die Gruppe heilt. Das ist halt tragisch. Dass wir da nichts hinkriegen. Das wäre echt wichtig, so die Gruppe zu heilen. Ah ja, ärgerlich, ärgerlich. Eisschanen, kuriert Stummen, haben wir alles. Nicht viel Geiles dabei. Ah, das kann er wieder machen. Hast ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn er das lernt. Er wird auch noch mal hasst. Dann passt das doch. Dann sind wir ja auch fertig. Was gibt's noch Schönes zu erkunden? Das war nur ein Schloss. Hier war doch auch, da ist doch die Ortschaft. Gab's hier einen Shop? Ja, weiß und schwarz Magie. Dann schauen wir da mal rein. Vitra, Engel. Engel ist wichtig. Aber auch das nichts weiter. Aber wir sind mal mal Engel. Zur Not. Folger. Nehmen wir mal das Gift mit. Beam ist glaube ich auch nicht so schlecht. Haben wir das auch mal mit? So. Dann war's das doch hier auch schon. So, dann ist der untere Kontinent fertig. Dann können wir jetzt hochdüsen. Und schauen uns da oben ein bisschen um. Wie zum Beispiel das kleine Dorf, wo man wieder ewig laufen muss. Aber wir wollen ja auch gleichzeitig ein bisschen trainieren. Deswegen nimmt man die Erfahrungspunkte gerne mit. So. Onluck. Was gibt's in Onluck Schönes? Hereinspaziert, hereinspaziert. Stärken. Stehert die eigene Attacke. Kann man mitnehmen. Kann man auch mitnehmen. Gibt's für ihn hier was? Können wir ein bisschen Weißmagie mitnehmen? Erschwert bei allen Gefährten sofortige Kampfumfähigkeit. Heiliger wäre auch was Feines. Ah. Es ärgert mich, dass ich keinen Weißmagier genommen habe. Das ärgert mich schon richtig. So, mehr ist hier nicht. Darum ist der Wasserfall. Ich steck mal die Wüsten-Oase. Wird auch nicht so viel haben. Sodass es lohnt, da hinzugehen. Hm. Man kann es trotzdem noch mal machen. Einfach, um noch ein paar Gegner zu klatschen. Die Karawana. Ja, alles das Gleiche. Okay, dann eben wieder. Ganz schnell raus hier. Bei den Drachen konnte man auch nichts kaufen. Dann jetzt noch das Versteckte. Na ja, das hier nicht. Das ist ja noch weiter, da hinten. Die kleine Ortschaft im Berg. In diesem Tal. Stadt Gaia. Gucken, was es da noch gibt. Versteinert einen Gegner. Ja, das brauche ich auch nicht. Das ist doch Quatsch. So was. Ah, ja, ja, ja. Vigra wäre auch was Feines. Aber... Ja, ist das dämlich, ey. Dass man nicht richtig heilen kann. Da kann man ja nur auf Schaden gehen. Den Kampf. Versuchen, schnell zu beenden. So, da muss ich noch mal hin. Zu den... Lufenianern. Lufenians. So, das schnell erledigt. Weil hier soll irgendwo ein Shop versteckt sein. Und hier findet man die stärksten Zauber. Ich denke, ob man von hinten herangeht, oder? Wie soll man das finden? Aber ich habe jetzt nicht genau geguckt, wo dieser Shop ist. Ich habe nur davon gehört, dass es hier es geben soll. Etwas versteckt. Aber was heißt versteckt? Die werden einem nichts verkaufen, ne? Hallo? Ich will was kaufen. Hm. Wo ist dieser Shop? Ich habe keine Ahnung. Also hier vorne geht nichts. Seitlich auch nichts. Das ist ja doof. Keine Ahnung. Da gibt es nämlich einen Zauber, den könnte ich sehr gut gebrauchen. Sehr, sehr gut. Wo könnte das sein? Die geben einem auch keine Hinweise. Ach, hier drüben. Na, Mensch. Hätte ich nur mal ein bisschen die Karte bewegen müssen. Was ein Scheiß. Herzengel wäre auch eine richtig geile Sache. Aber den möchte ich hier haben. Flair. Damit wir mal richtig Schaden machen. Aber da oben im Osten ist gut versteckt. So. Damit wäre das erledigt. Shopping-Tour beendet. Jetzt geht es darum, trainieren. Und nochmal hoch ins Luftschloss. Das legendäre Metallabstauben. damit man Excalibur fertigen kann. Ups. Falsche Taste. Vier Stück von denen. Das sollte da gut Erfahrungspunkte geben. Luftschloss. Ich komme. Erstmal den Turm schnell machen. Und Erfahrungspunkte sammeln dabei. Oh ja. Erstmal da hoch. Erstmal hier außen rum. Watschen. Also die Gegner sollten gar keine Bedrohung mehr darstellen. Die machen wir einfach so schnell weg. Okay. So, 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 so. Dann gehen wir gleich mal da hoch. Das sind aber viele. Da haben wir ein bisschen was zu schnitzeln. Ja, das geht ja ratzfatz. Und es gibt gut Erfahrungspunkte. Das stimmt mich doch zufrieden. Nochmal acht Stück. Ne, neun Stück. Neun selber. Dann schnitzeln wir die einfach mal alle weg schnell. Perfekt. Den nehmen wir auch mit. Ein Blautach. Naja. One-Hit. Das habe ich doch. Gar keine Herausforderung. ist jetzt hoch zum Luftschloss. So, da sind alle Kisten geholt. Ich weiß auch auf welcher Ebene das ist. Aber ich kann mich an die Stelle sehr gut erinnern, weil ich meinte, äh, da muss ich nicht rein. Da ist wohl nichts. Und da ist dann eben dieser wertvolle Gegenstand. Glauben nämlich da unten links. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Ich habe jetzt auch nichts offener hier zum Gucken. Das war einfach mal so Interesse halber auf Toilette. Ne, Toilettenlektüre. Jetzt nicht das mal schnell durchlesen. Mehr war das nicht. Da ist es. Und es wird nämlich nicht angezeigt. Die Scheiße. Ne? Aber hier liegt's. Das Adamantit. Adamantium. Excalibur. Wir kommen. Noch groß getönt. Äh. Da muss ich nicht rein. Da liegt nichts. Und dann so was Kostbares übersehen. Flair. Ja, das konnte er ja gleich mal. Mit meinem Flair. Und da haben wir den Aufstieg. Gut. Ich denke aber, jetzt kann man auch rausgehen, ne? Vielleicht noch mal gucken, ob man hier alle Schätze mitgenommen hat. Und auch hier ein Aufstieg. Ah, gar keine Verbesserung in den Werten. Das ist scheiße. Das ist einfach nur scheiße. So, was haben wir hier? Hier haben wir alles abgegrast. Ja, da waren nur diese Platten drin. Scheinbar haben wir dann alles. Dann beamen wir uns doch einfach mal raus. Beam me up, godly. Und besuchen noch mal unsere Zwerge. und dort wird uns dann der eine das schöne Excalibur fertigen. Tja, da ging das jetzt alles schneller als gedacht. Habt ihr mit mehr Zeit gerechnet? Was das in Anspruch nimmt, aber du gut. dann bleibt mehr Zeit fürs Training und dann wird einfach im Chaos-Tempel richtig hart geknüppelt. Da ist er! Der ist ganz aus dem Häuschen, der Kleiner. Der Smith. Ist das etwa Adamantit? Mit diesem Metall schmiede ich euch ein Schwert, dass es kein zweites Mal gibt. Lege los, kleiner Mann. Ui, es ist vollbracht. Von all den Schwertern, die jemals in der ziegen Glut meines Schmiedeofens geschmiedet wurden, ist dies das Beste. Wahrlich ein Pracht-Exemplar. Nehmt es. Dieses Schwert gehört in eure Hände. Excalibur erhalten. Jawollu. Dann rüsten wir das aus. Was? Das ist schwächer als Ne. Dafür habe ich mir jetzt den Arsch aufgerissen. Ui, da reiße ich ja gleich das ganze Setup hier runter. Meine Fresse. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Was denn das für eine Scheiße? Er kann Excalibur nicht tragen. Ja, ist logisch, ne? Ja. Ja. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Ha. naja. Gut, dann ist das halt so. Was ein Scheiß Hauptsache. Also da habe ich deutlich mehr erwartet. Ja, so, okay, mehrfalls machen wir nochmal ein Nickerchen hier. Ein kleines Schläfchen, um uns zu erholen. Und dann geht's in den Chaos-Tempel. Und wir knüppeln mal ordentlich. So, das war der ein paar Erfahrungspunkte weitermachen. Natürlich wird gespeichert. Ich denke mal auf Stufe 50. Ja, kann man sie schon mal hochbringen, ne? weil der Affe macht schon böse Schaden Chaos sowohl physisch als auch mit Magie. Wo muss man runter? Rechts war das, ne? Rechts runter. Immer Angriff. Angriff Ich habe den Ritter jetzt einfach aus Prinzip das Excalibur gegeben. Ein Ritter hat es einfach zu tragen. Dieses Schwert. Und es macht ja auch seinen Schaden. Also von daher passt das doch schon alles. Mach ich mir gar nicht so die Platte. So, jetzt da rüber. Vier Mal Drachen Zombie. Die haben dich viel zu melden. Schnell weg damit. Wo geht's denn hier rein? In die Mitte, wenn mich nicht alles täuscht. Und neunmal Dunkelritter. Ihr wisst, was das heißt. Ja, komm, zünden wir die Scheiße mal. Wir sehen, was das macht. Oh, jetzt. Jawohl. Lass krachen, Digga. Oh, hab ich mehr erwartet. Da hab ich ein bisschen mehr erwartet. Ein Koruldrache. Der macht auch nicht lange mit. Aber es gibt gute Erfahrungspunkte hier. Das ist das Einzige von Vorteil ist. Also schnetzeln wir uns einfach weiter gemütlich da durch. Und leveln so weiter ein bisschen auf. Der Nosferatu. Auch er kann nichts. so nehmen wir den jetzt noch mit hier. Todes Auge. Tja. Nix los. So Fockels hoch. Da hinten. Okay. Feuerbrunst. Oh nein. Noch mal eine Feuerbrunst. jetzt noch große Fresse und dann gleich gibt's wieder richtig auf den Sack. Und man hat nichts mehr zu lachen. Wenn Chaos mir wieder die Ehre nimmt. Na kommt Jungs. Schnell fertig hier. Geht doch. Einmal da rüber. Genau. Ein Liederung. Schön 1000 für ihn. Das schmeckt doch. Fünf mal Doppel Pudding. Ah ja. Wir haben ja Zeit. Der Abend ist jung. So. Haben wir die Schaft. Wunderbar. Gleich Stufe 50. 50. dann kann man es doch immer noch mal gleich versuchen gegen Chaos. Ob das was bringt. Jawohl. Jawohl. Alle Stufe 50. Stärke geht hoch geht hoch. ist gut. Tja ist in Ordnung. Ist in Ordnung. das sollte doch passen. zuversichtlich. Also ich bin ein bisschen zuversichtlicher was Chaos jetzt angeht. Und hoffe einfach dass man das jetzt hinbekommt. Schon so früh am Abend. Dann wüsste ich zwar nicht wie ich den Rest gestolte. Was wir da noch Schönes machen. aber naja das kann man sich überlegen wenn es soweit ist. Da ist nichts da ist nichts. Ein Basibisk. Die sind auch ganz schnell weg vom Fenster. Auch ne Goldnadel nehme ich auch noch gern mit. Ein paar Golems. Hei 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 Der böse Blick. Na kommt Leute. Machen wir Feierabend. Oh hier ist nichts. Ein großes nichts. Sieben mal Erd mal Erdmedusa. 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 Ach, die halten ja gar nichts aus. Die eine rente weg. Aber schöne Erfahrungspunkte. kann man kann man kann man nichts machen. So, auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Tauchen wir ab. hier. Ah ja, es zieht sich. Der Dungeon ist ein ist die Dungeon. Der zieht sich immer ein bisschen hier. Also jetzt einmal hoch und wieder runter. Vielmal Lava-Wurm. Auch die sind schnell weg. Vielleicht schrieben wir noch Stufe 51 hin, bis wir ganz unten sind. Würde mich gar nicht mal wundern. Bei der Encounter-Garte. Das läuft doch richtig gut. Ach, da unten sind noch Kammern. Habe ich gar nicht gesehen, letztes Mal, glaube ich, ne? Das muss man gleich mal auschecken. Nicht, dass ich noch wertvolle Sachen abliegen lasse. Das wäre ja ein Skandal. So, hier runter. Keine Ahnung, ob wir da waren beim letzten Mal. Ich kann mich nicht dran erinnern. Alzheimer kickt. Oh, da ist tatsächlich ne Truhe. Und da ist ne Truhe da hinten. Da haben wir ein bisschen was liegen lassen. Ne Schutzrobe. Ach, das ist ein Schild, die Schutzrobe. Ja, locker. Oh Mann, war ich da wieder blind. Die ganzen guten Sachen liegen lassen. So, jetzt erst mal heilen, bevor es hier schief geht. Wo haben sie das denn schönes hier? Die High Potion. So, das sieht doch schon besser aus. Dann jetzt da unten noch. Gucken, was es da schönes gibt. Achso, ja. Gleich wieder Stufenaufstieg. Ei, was haben wir hier? Ein Elixier. Ein Elixier. Sehr schön. Und Aufstieg. Viermal. Naja. Nicht die geilsten Werte, aber okay. So, jetzt geht's weiter. Da ist noch ne schöne Kiste, seh ich. Das schmeckt richtig. Schön, dass ich das nochmal entdeckt hab jetzt. Dass man sich nochmal die ganzen Schätze holen kann. Protect ring. Haben wir schon alle. So, dann hier runter. Boah, die Encounterrate so hoch. Aber da muss man sich nicht wundern, wenn man schön levelt. Also, mich freut's am Ende des Tages. Und es geht ja auch schnell von der Hand. Entschuldigung für mein Bäuerchen. Durch das ganze Palau immer ein bisschen viel Luft eingeatmet. Und dann meldet sich das Amt erst nochmal. Sasuke. Och, schau. Jetzt haben wir zweimal Sasuke. Ah, naja, so geil nun auch nicht, ne? Die Schätze hier. Ah, dann besteht ja die Chance, dass ich noch woanders auch was übersehen habe. Die eine oder andere Schatztruhe vielleicht. muss ich die Augen nochmal offen halten. Wenn wir jetzt auf die nächste Ebene runtergehen. Also Schaden machen sie gut. Da kann man gar nichts sagen. Also den normalen Gegenden gegenüber ist der Schaden echt gut. Scheiße, schon den nächsten Level-Ausstieg kommen. Ja, jetzt sind wir schon beim Wind wieder angekommen. Trotzdem, dass er geblendet ist. rasiert er ganz präzise. So, der nächste Level-Ausstieg ruft. Da in der Mitte kann man doch bestimmt auch irgendwas machen, oder? Hm. Aber er zeigt mir an, dass in den Kammern nichts drin ist. Das sieht so schön aus, aber kann man da nichts machen? Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. schade. Schade. Nee. Nix, nix mit Schätzen. Nur Grabsteine in der Mitte. Alter, es gibt Erfahrungspunkte. Die lass ich mir schmecken. Die lass ich mir richtig schön schmecken. Jawohl, so sieht es auch schön aus. Einwandfrei. Wieder viermal Aufstieg. Das sieht doch schon besser aus. Naja. In Ordnung. Kaum ein Leben. So, jetzt hier tue ich. Ei, fünftmal der Wasserelementer und ein Lympho. Das gibt Erfahrungspunkte. Kommt, jetzt lass mich mal hier angreifen. Wir haben keine Zeit. Das Chaos wartet. Aber hier gibt es auch nichts. Kann man nichts machen. Also bleibt ja nichts anderes übrig, als... ...in die nächste Ebene abzusteigen. So, jetzt erstmal ein bisschen heilen. Die armen Kinder. Und dann geht's jetzt... ...viertes OG. Da unten war ein Schatz. Den haben wir geholt. Das weiß ich. Da war das Masamune-Schwert. Dann machen wir die schnell weg. Hier die Luxe. Die Seelenschinder. So, und dann gleich abtauchen. Hier gibt's auch nichts weiter. Nur das Chaos, was auf uns wartet. Mit seinem perfiden Plan. Mit seiner Zeitschleife. Ich würde es tatsächlich gleich einmal versuchen. Vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's. Einmal schnell speichern. Das ist doch der letzte Rotz. Jetzt noch ein Encounter. So ein Müll. Erinnert ihr euch an mich? An den größten Ritter aller Zeiten? Ich bin's. Ich bin's. Garland. In einer fernen Zukunft ist es euch gelungen, mich zu überrumpeln. Doch 2000 Jahre sollen noch ins Land ziehen, bis es soweit ist. Unser letzter Kampf ging zu euren Gunsten aus und ich sah mein Leben verwirkt. Doch vier mysteriöse Kräfte retteten mich und ich unternahm eine Zeitreise. Und als ich ankam an diesen Ort, den nun auch ihr betreten habt, schickte ich die vier Chaosse in die Zukunft. Ich bediente mich der vier mysteriösen Kräfte, die mir schon einmal halfen und holte mein sterbendes Ich zurück in die Vergangenheit. 2000 Jahre später werde ich all meine Erinnerungen verloren haben. Doch der Strudel der Zeit, die nie endenden Zeitspirale, wird es mir ermöglichen, mich in der Zukunft wieder vor dem Untergang zu bewahren. Ihr werdet in dieser Vergangenheit für immer sterben und ich für immer leben. in dem von mir geschaffenen Zeitstrom der Unendlichkeit. Was machen wir? Das bringt doch alles nichts. Angriff. Wir fangen mit Proteger an. Und gleich mal hast du. Oh, gleich so viel Schaden. Schön, wie es keinen Schaden macht. Ach, Mist, falsche Taste. So eine Scheiße aber auch. Das ist ja nicht. Das kann ja nichts werden. Mit 16 macht er 115 Schaden. Ich glaube es auch, Digga. Meine Fresse. Jetzt macht er auch noch Flair als Konter. Ja. Hm. Das macht ja richtig Spaß. Das macht ja richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Richtig Spaß macht dieser Kampf gerade schon wieder. Also Flair ist Game Changer. Das haut ja richtig rein. Nee. Du heilst ihn. Du greifst an. Du heilst ihn. Du greifst an. Auch wenn es nur 100 sind. Auf die scheiße ich jetzt ja. Der greift ziemlich oft an, der Pisser gerade. Also physisch. So, der kann gleich nicht mehr zaubern. Einfach Angriff. Schön verfehlt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Schöner Angriff. Das macht auch nochmal 500. Na, das läuft doch jetzt. Er greift an. Der macht auch Vitra. Auf den Joker. und Joker haut nochmal einen richtig schönen Flair raus. Schönes Ding. Was machen wir mit ihm? High Potion auf sich, Magie. Er macht ein Vitra auf sich selber. Und wieder Flair reinhauen. Ei, 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 ei. Okay. So habe ich mich nicht vorgestellt. Nippelt der Kollege jetzt ab? Nein. Ach, jetzt einfach Angriff. Das ist mir scheißegal. Ah, jetzt macht der Hass auf sich. Meine Fresse. Schönes Ding. Das auch nochmal 500. Sehr schön. Reicht immer noch nicht. Einfach rauf da. Der ist weg. Wir probieren es weiter. Mit Ach und Krach. Schafft man es vielleicht irgendwie. Oh Gott, kein Flair mehr. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wird nichts. Das wird mal wieder nichts. Hältst du Stand? Hältst du Stand, mein Junge? Sehr schön. Der letzte Angriff. Das reicht nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel HP der hat. Tja. Das war's. Schon wieder auf den Sack bekommen. Mensch, ist das ärgerlich. Gehen wir noch ein bisschen leveln. Ach, Heil. Ja, so ein flächendeckender Heilzauber wäre schon nicht schlecht. Der würde vieles vereinfachen. Aber da habe ich mich falsch... Da habe ich die falsche Wahl getroffen, einfach am Anfang. Das bereue ich jetzt so. Ich glaube, die geben gut Erfahrungspunkte. Würde es was bringen, Hass auf den Magier zu... zu sprechen. So, jetzt haben wir es gleich. Dann wieder eine Stufe... Wie eine Stufe höher. Noch nicht ganz. Ist das ärgerlich, der letzte Kampf. Aber es lief schon besser als beim letzten Mal. Vom Gefühl her. Und deshalb... Bin ich zuversichtlich, dass es heute noch klappt. Also, Flair macht definitiv das, was es machen soll. Es macht viel Schaden. Den Rest müssen wir mal gucken, wie wir es strategisch angehen. Ah, Garland, wartet. Der muss sich jetzt noch ein bisschen gedulden. So, probieren wir es. Erstmal schön heilen. Ach, wo sind die denn wieder? Eine Fresse. Da sind sie. Schnellsprechung. Stufe 53. Sollte doch jetzt mal passen. Garland. Aka. Aka. Das Chaos. Jetzt müssen wir nicht nochmal weg... weghauen. Kann ja so nicht angehen. So. Das kann er. Nichts. Also, Angriff. Hasst auf sich selber. Protego auf alle. Hasst auf den Kollegen. Oh Mann, der macht den ersten Angriff und haut gleich so einen Schaden rein. Leck mich. Gleich mal den Kollegen heilen. Er greift an. Er steigert die Attacke eines Gefährten. Stärken steigert die eigene Attacke und Präzision. Das ist die Frage, bringt das was? Krasses Gameplay. Ich bin, äh... Bin selbst von mir überzeugt. Wie ich es seit... Weiß ich nicht. Schon beim letzten Mal von dem Gegner so auf die Fresse kriege. Ah, bringt Stärken was. Bringt Stärken was. Keine Ahnung. Ah, ich weiß es nicht. Wir probieren's. Das ist gut. 600. So, jetzt probieren wir's mal mit Angriff. Kann der noch was machen? Das will man mal machen. Wenn wir die Zeit schon mal haben. Und jetzt hauen wir Flair rein. Ach, er heilt sich. Cool. Ja, ist in Ordnung. Das ist sehr gut. Cool, jetzt sind wir unsichtbar. Und? Macht's mehr Schaden? Nee. Hat nichts gebracht. Schön. Was macht er? Er kann doch eigentlich heilen. Ach, 310. Leck mich am Arsch. Wieder kurz vorm Abnippeln. So, dann heilt er sich selber. Angriff. Heilt auch ihn. Machen wir das nochmal. Oh, Gottes Willen. Das macht so viel Schaden. So, jetzt kann er wieder angreifen. Der gute Joker. Ach, Leck. Mich grad gar heilt. Schon kriegt er wieder alles ab. So. Ja, kann sich gleich nochmal heilen, Kollege. Dann muss ich selbst heilen. Ja, und Flair raus. Ja. Ah, das war noch nicht so schlecht. Das hat nicht so viel abgezogen. Könnt ihr öfters machen. 1042. Geil. Das sieht nach einer guten Runde aus. So, Junge. Heil dich. Angriff. Heilen. Und noch mal rauf da. Und noch mal rauf da. Fräger. 910. Gut. Jetzt müssen wir irgendwie mal... Oh Gott, das heilt ja gar nichts. Meine Fresse. Hat sich hier gar nicht gelohnt. Was machen wir? Was machen wir? Ah, ich hab doch auch so einen Trank gekauft. Der... Der die maximalen Lebenspunkte steigert. Vielleicht sollte ich den mal einwerfen in der ersten Runde, wenn es jetzt nicht klappen sollte. Kann man den Item... Heilerstab. Ein Stab, der... Probieren wir mal die Scheiße. Benutzen wir einfach mal einen Gegenstand. Wie viel kann er noch? Viermal. Oh. Zu spät. Ach, du Scheiße. Aber das bringt ja gar nichts, die Heide. Hm. Versuch mal den Heilerhelm. Das war's. Auf Wiedersehen. Tja. Ah, schon wieder nichts. Das war wieder nichts. Er hält durch. Lucky Punch. Nein. Das war's. Tschüss. Ach, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Kann man den Heilerhelm irgendwo kaufen? Na, jetzt ist es doch zu spät, ne? Jetzt noch mal raus, noch mal rein. Okay. Vielleicht diesen Trunk mal nehmen, der die maximalen Lebenspunkte steigert. Bringt das was? Ich krieg's ja nicht hochgeheilt. Das ist ja der Schmarrn. Ich bekomm es nicht hochgeheilt. Probieren wir's mal. Wir geben uns Riesentropfen. Man muss ausprobieren. Das ist so eine Scheiße. Tja, jetzt. Und jetzt? Nehmen wir... ...den Heilerstab. Er greift an. Was haben wir noch? Den Heilerhelm. Und wir hauen Flair raus. Lächerlich. Das ist doch scheiße. Das kriegt ja gar nichts. Das ist doch scheiße, Leute. Das ist doch scheiße. 97. Also, der braucht gar nicht zaubern. Das ist doch lächerlich. Da kann ich eine High-Potion werfen. Ja. Also, da habe ich noch mehr von. Was hat er noch? Kann er noch was mir geben? Bumm. So, das noch. Ich kann sich selbst heilen. So, das ist doch ein Schiff. So, das ist doch ein Schiff. So, das ist doch ein Schiff. So, wer kriegt eine High-Potion? Gibt es mal selber. Du greifst an. Du machst Hass auf den... Auf unseren Maja jetzt mal hier. Und wir flären weiter. Der macht selber Flair. Leck mich. Den kriegst du doch nicht mehr hier. Der heilt. 1182. Geil. Ach, Mann. Der bringt mich das hier ins Schwitzen. Das macht doch keinen Spaß. Du machst Angriff. Du machst Angriff. Vita. Weiter flären. 1009. 1009. Aber Hass bringt auf den Magier gar nichts. Schaffst du noch, die Alex hier zu nehmen? Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Dieser Scheißer. Aber ich habe jetzt Engel. Das kann ich zaubern. Das ist ja auch immer zuerst angreifend, der Wichser. Schön, tausender Schaden. Konstant. Mit 1. Erzengel wäre jetzt super. Vielleicht schaffst du es ja jetzt. Ach, Gott. Natürlich so ein Hund. So, der letzte Flair ergibt sich Hass. Wunderbar. Schön. Das nochmal. Eine High Potion. Ne, der kriegt ja jetzt das... Der kriegt das Elixier. Eine Runde mal. Anderen Zauber. Sehr schön. Und jetzt kann es wieder losgehen. Mit Flair. Was denn das? Ach, nein. Nein. So ein dummer Hund. Boah, ich hasse es. Ich hasse es. Ich bin nur am Kopf schütteln hier. Ich schüttle die ganze Zeit meinen Kopf hin und her. Ich habe morgen Schleudertrauma bestimmt. Morgen habe ich jetzt Schleudertrauma. Perfekt. Haut der scheiß Schaden rein, ey. Leck mich doch am Arsch. Oh, mach mir das fertig, Leute. Tornado auch noch. Cool. 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 Tja, bringt doch nichts. Wie viel hat denn der? Wie viel hat der? Kann mir das jemand sagen? Tja, immer rauf da und weg. Naja, jöt. Dann ist es halt so. Oh, mach mir den fertig. Ich find auch einfach kein Mittel. Ich find einfach kein Mittel. Also, ich mach ja gut Schaden. So ist es ja jetzt nur nicht. Aber, ich weiß nicht, wie viel der hat. 20.000 vielleicht. Weil nächstes Mal mal so ein bisschen mitzählen, was man an Schaden macht. Aber wenn zwei Leute immer nur Schaden machen und zwei damit beschäftigt sind zu heilen, ist da auch nicht das Wahre. Zumal der Ninja jetzt ordentlich Schaden gemacht hat, ne? Da war ja ordentlich Schaden dabei mit 1.100, 1.200. Ich frag mich auch, ob ich Gemach wüken muss, wenn er sich selbst mit Hass belegt. Chaos. Am letzten Mal hat's ja nicht funktioniert, also. Da ging ja Gemach immer daneben. Boah, bin überfragt. Keine Ahnung. Ach, Mensch, ich würde das Spiel auch gern abschließen. Und zum nächsten voranschreiten. So, jetzt eine Stufe noch hoch. Und dann schauen wir weiter. Dann probieren wir es nochmal. Jetzt haben wir jetzt noch 3.000. Na, das kriegen wir doch schnell hin, ob ich. Ja, ja, das ist doch schön. Na, das ist doch ein schöner Aufstieg gewesen. Jetzt müssen wir jetzt den Joker noch eine Stufe hoch bringen. Na, wunderbar. Stufe 54. Vielleicht muss man es auch 55 nochmal hochbringen. Einfach fürs Selbstbewusstsein. Dass man es so nochmal probiert. Ich habe keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Was kann ich machen? Lass mal schnell speichern. Nicht, dass es verloren geht. So, ja, verhandelt sich im Chaos. Juhu. Komm jetzt. Das wird man doch wohl hinkriegen. Das wird man doch wohl hinbekommen. Los geht's. Womit fangen wir an? Wir buffen erst mal unseren Damage-Dia. Kraftdruck, da haben wir noch. Der macht schon mal Hass auf sich. Proteger. Und er ballert gleich rauf. Gut, jetzt sind 550. Gut, jetzt sind wir noch mal. Hm. Hm. Schön den Tornado auf alle So Cool Hat gar nichts gebracht Jetzt habe ich mich mitgezählt 5.000 1.600 So und der stärkt sich jetzt aber nochmal Oh, jetzt macht er die ersten flechten Angriffe Leck mich am Arsch 2.1 Ich kann nicht mitrechnen 2.1 3.1 3.5 Jetzt sind wir bei 4 Das müsste ich mir darüber aufschreiben Nebenbei 4 5 Meine Fresse ey, ist das ein Scheiß 5.5 Ey, ich bin ja meilenweit davon entfernt Ach du Scheiße ey Weil die Wichser auch nichts aushalten Und ich kein Weißbar gehabt Macht mich das wütend gerade Macht die Scheiße Mich wütend Also ist mal ein richtig schlechter Durchgang Das ist richtig schlecht Ich bin ja Tja, so ist das, so ist das. Ja, ein schöner Tornado. Also im Schnitt sind wir beim Flair mit 550. Ah, jetzt brauchen wir ja nur 550 mal 9 rechnen. Das sind 4.900... Ja, natürlich. 4.950 glaube. Ja, cool. So, nochmal da heilt schnell. Jetzt macht er nochmal sein Flair. Wenn man das jetzt mal als 2 nehmen würde, komme ich auf 9.9. Wenn ich es dann mal komplett durchbekommen habe, weiß ich wahrscheinlich nicht. Also das reicht nicht aus, Alter. Alleine mit ihm schaffe ich das nicht. Der ist hier ganz schnell Game Over. Pang! Nochmal hochheilen. Alles, was geht. Hau dir noch ein Erdbeben raus. Mann, das macht aber auch Schaden. Ah, jetzt macht er ein paar dumme Sachen. Aber das reicht nicht. Also ich wäre ja mehr Glück als Verstand. Jetzt macht er Hass. Jetzt können wir mal ausprobieren, wie es mit Gemach weitergeht. Oder wollen wir es ausprobieren? Oder knallen wir einfach weiter rauf? Einfach raufknallen. Keine Lust, um etwas auszuprobieren. Komm schon. Auf Wiedersehen. Jawohl. Die nächste Pleite. Ah, langsam wird es peinlich. Das tut weh. Das tut weh. Mir fehlt die flächendeckende Heilung. Das fehlt. Das war so richtig. Das wäre, glaube ich, kein Problem, wenn man dieses... Wenn der seine Flächenangriffe macht und der Weißmagier dann... Oder dann jetzt ein Priester... ...sofort alles wieder heilt... ...dann würden keine Probleme entstehen. Aber so kriege ich das nicht geheilt. Das ist sehr ärgerlich. Und da wehs ich auch nicht verdick machen kann. Ich meine, auch den Ritter kriege ich ja gar nicht... ...irgendwie in Einsatz... ...dass der mal Schaden macht. Weil der mit... ...mithilft mit Heilen. Das ist einfach nur Scheiße. Scheiße und frustrierend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, der bringt doch keine Erfahrungspunkte. So ein Awards. Cool, cool, cool. Tja. Ja, da probieren wir es mal mit Stuppe 55. Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Was ich nicht glaube, aber gut. So, jetzt... ...dreimal Liederwurm sollte reichen. Das war den Stufen... ...Aufstieg schaffen. Ja, sehr schön. So. Ach, ja. Dann probieren wir es noch mal. Feuer schön heilen. So. Noch ein Stück schnell speichern. Und dann probieren wir es mal. Und schauen, was bei rumkommt. So. Auf ein neues. Ah, was kann er machen? Was kann er als ersten Zug machen? Krafttronk Riesentropfen. Hm. 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 Das bringt ja eigentlich nichts, diese Heilung. Das ist alles lächerlich. Hm. Ah, von der Magie her... ...nicht's, was sich lohnt, wirklich. Erstmal... ...Bumm. Protega. ...und Hass. Oh, er macht Hass auf sich selber in der ersten Scheißrunde. Da kriege ich ja schon einen zu viel. Ah, jetzt können wir mal das mit dem Gemach probieren. Er kann angreifen. Gemach. Flair. Flair. Verfehlt. So eine Scheiße. Oh, er greift mal als erstes an. Was ist da denn los? Leck mich am Arsch, Alter. Ja. Dass er genau die noch rausnimmt. Ich könnte kotzen im Strahl. So richtig im Strahl kotzen. So, wir sind jetzt der Angriff schon mal vorbei. Dann kann man das ganze Scheiß-Setup nochmal machen. Und nochmal Hass. Und nochmal Hass. Bim bumm, bim bumm, bim bumm, bim bumm. High Potion. Angriff. High Potion und Flair. Also unser Ritter ist sehr flott unterwegs. Da sollte eigentlich mehr bei rumkommen. Schön verfehlt. Eine Gratisrunde. Ach ja, so eine Gruppenheilung wäre geil. Statt ich mir mit High Potion, um mich werfen zu müssen. Leck mich am Arschi. Ach maaann, ey. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Gib dem Jungen mal Hass. Ich möchte irgendwo ganz doll gegenhauen. Ja, toll, schön. Scheiße, Mann. So ein Dreck, ey. Was willst du machen? Wenn der einmal Hass hat, dann kriegt man den doch nicht weg. Da ist doch ein Schmutz. Ah, leck mich am Arsch. Ach, das kann er nur auf sich wirken, oder was? Hätte mir noch mal Feuer sagen können. Hm. Bumm. Protega. Hast. Hast. Oh Gott, er macht's in der ersten Runde, der Wichser. Ich krieg die Krise. Tja, was willst du machen? Schmeiß schon mal einen Heilerhelm. Tja, weg ist er, oder? Uh, mit 15 erlebt's. Scheiße. Jetzt kommt die Superheilung. Ja, macht tausend Schaden. Das sieht schon wieder richtig scheiße aus. Der, wenn ich dir so sagen darf. So, dann kann der mal ein Gemach probieren. Tja, das wird auch weiter verfehlen. Da kann ich mich, glaube ich, dumm und dämlich zaubern. Schwer, dass ich mir gerne noch Truth���. Honestly, weißt du, ichmares euch ja zweimal verm unmute. Also, du bist irgendwie senken deinem seinий首. Und wer bist. So, dann weiß ich noch kein Nevadablem. Und wer ist mir ganz datasetsub. Und wer ist mir katkadiin, oder? Du bist wie ein Teuch. Ich weiß nicht, dass ich Male das ber patrice dennisieren. Und wer ist mir illusion? Ich bin ganz drin, und wer mit dem Hasselzel самый richtiger. So, dann kannst du niemals wenn. Gute Nacht. Schön, bevor er halt noch heilen konnte, natürlich. Ja, ja, ich hau hier gleich irgendwas kaputt. Größte Scheiße. Ja, wunderbar. Cool. Ja, 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 natürlich. 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 So, was machen wir jetzt? Stufe 60 hochgrinden. Ist mir egal. Dürft ihr euch jetzt angucken. Ich fiege mich auf Stufe 60 hochgrinden. Kein Bock mehr auf die Scheiße. Kein Bock mehr auf die Scheiße. So, was haben wir denn schön? Jetzt können wir irgendwas in der Ausrüstung machen. So, da ist alles optimal. Resistent gegen Angriffe aller Elemente. So, jetzt habe ich aber gelesen, dass wenn er sowas wie Feuerbrunst, Tornado, Flutwelle zaubert, dass das nicht als Elementarschaden gilt, sondern nur hier Feuer, Eis, Feuer gar, Eis gar, Blitz gar. Ja, ja, da bringt mir das herzlich wenig. Der trägt einen scheiß Methrilhelm. Das kann der auch nicht tragen, ne? 74 Abwehr. Kriege ich trotzdem so auf die Fresse. 60 Abwehr. 41. 51. Oh, ich weiß jetzt auch nicht, was man machen soll. Bin ratlos. Ist Stufe 60 sinnvoll. Ich weiß jetzt nicht. Ist ich da jetzt hoch zu ackern? Mir fällt auch keine gute Strategie ein, was man machen könnte. Kannst du mal wieder sagen, mir fehlt ein richtiger Heiler. Immer nur mal so sporadisch, ne High Potion mit 150. Das ist doch nichts. Das reicht doch nicht aus. Das reicht doch nicht. Eigentlich war ja der Rotmagier als Heiler angedacht, aber der hat ja keine guten Heilzauber. Aber das wusste ich ja vorher nicht, dass das so endet. Vielleicht sollte auch einfach der Ritter angreifen und der Ninja ist einfach so Unterstützer, dass ich die Waffen nochmal tausche, dass er den Damage reinprügelt. Einen höheren Angriff hat er ja. Da könnte das gehen. Und dass dann eben der Ninja unterstützt und Unterstützungszauber und High Potions wirft. Das wäre auch noch denkbar. Ach, der ist ein Schmutz, der bringt nichts. Der bringt noch ganz gute Erfahrungspunkte. Auf auch nur Chaui. So, was bringt die? Das Trio. Ja, sieht schon besser aus. 1,6. Ja, schmeckt. Tee bringt doch ordentlich was. 2,7.000 noch. 7,9. Ja, doch nicht die Scheiße. Weg damit. Damit. Oof, ja. Also ich habe ja ehrlich gedacht, dass wir... dass ich nicht so... auf den Sack bekomme, so wie das jetzt passiert ist. Ich war ja doch ein bisschen zuversichtlicher. Aber es gibt ja ganz schön aufs Fressbrett wieder von Chaos. Also der hat schon in sich. Oder ich habe einfach eine richtig scheiß Konstellation gewählt. Woran ich ja glaube. Dass er mit einem Priester gar nicht so das Problem wäre. Hm. 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 So, wieder ein Aufstieg. Alle ein Aufstieg. Ja, die ändert sich ja nicht mehr viel an den Stats. So, probieren wir es nochmal. Und dann werden wir gleich mal die Ausrüstung nochmal ändern. So, wo ist die Posch? Wo bist du, Potion? Oh, finde ich die Scheiße wieder nicht. Meine Fresse. So. Der kriegt das. Der kriegt das. So. Er macht 75. Dann soll er einfach mal den Schaden jetzt austeilen. Nochmal schnell gespeichert und jetzt nochmal rein da. Letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, dann ist hier Feierabend. Dann soll er einfach mal den Angriff mit ihm schon mal Schaden machen. Der gibt ihm Mum. Der macht Proteger. Der ergibt Hass. Er macht erstmal Flair. Der zeigt gleich mal, wer die Hosen anhat. So, das High Potion. Ach, einmal auf sich selbst. Er auch auf sich selbst. Und jetzt geht die Flair-Party los. 874, das ist doch scheiße. Das ist doch nichts. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Das ist das, was ich mir erhofft habe. 1, 1. Schön, die Flutwelle. Schön, die Zeit war. Oh, Gottes Willen, ey. Jetzt schon. Das hat er ja auch noch, diesen Zauber. 1, 5. Herzlichen Glückwunsch. 1, 5. 1, 5. 5. 5. 6. weg ist er selbst weg hier 2,81. Er greift an. Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Wie viel Pech kann man denn haben? Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Alter, hier ist doch der Ende mir länger. Und er haut auf. Puh, er überlebt mit neun. Meine Fresse. Halten wir ihn am Leben? Oder scheißen wir einfach mal drauf? 1.077, so will ich das sehen. Haut ein Flair rein. Wir geben ein Flair zurück. Der ist schneller als der Kleene da unten, ne? Mh, das sieht nicht gut aus. Ei, ei, ei. Mama mia. So viel Schaden wie möglich, oder? Wir haben nichts mehr. Solange er so einen Scheiß macht, geht's. Aber jetzt macht er auch nicht den Schaden, den wir brauchen. Ne, nichts mehr. Ja, okay. So, ja, das war's. Also, er hat ne gute Magieverteidigung, also. Dem Joker macht das kaum was aus. Das hält sich immer im Rahmen bei ihm. Aber alleine schafft das nicht. Das steckt der Ruf weg. Ja. Ja, das war's dann wohl. Und tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Ich biebe mich hier raus. Es macht ja alles keinen Sinn. Stupe 57. Immer noch kein Licht am Ende des Tunnels. Meine Fresse. Mach hier ein Speicherchen und dann... Dann war's das auch. Das geht mir alle durch den Sack. Zu oft den Arsch versohlt bekommen heute. Das muss reichen. Tja, mit diesem Sinne verabschiede ich mich, sag Dankeschön, danke für nichts und hoffe, dass ich irgendwann mal dieses Spiel auch nochmal fertig bekomme. Und dass man den letzten Gegner auch nochmal schafft. Also, reingehauen. Ciao. Auf Wiedersehen.